Willkommen beim Report. Corona-Wahl, was das Wiener Ergebnis so besonders macht. Wiener Clubsterben wie eine Branche ums Überleben kämpft. Und die Ischgl-Protokolle, die Fehler der Politik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausnahmsweise an einem Montag, dem Tag nach der Wien-Wahl, mit deren Folgen wir uns hier im Reportstudio gleich ausführlich beschäftigen. Noch werden die Briefwahlstimmen ja ausgezählt, die heuer mehr als 40 Prozent und somit einen Rekordanteil aller abgegebenen Stimmen ausmachen. Was kann sich dadurch noch ändern? Und was sind die Folgen dieser Wahl auch für die Bundespolitik? Am bittersten und sogleich historisch war ja die Wahlniederlage für die Freiheitlichen mit einem Minus von derzeit mehr als 23 Prozentpunkten. Aber welche Schlüsse zieht die Partei daraus? Ist mit dem gestrigen Wahltag die Politkarriere von Heinz-Christian Strache endgültig vorbei? Und mit wem wird der alte und bald neue SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig weiterregieren? All diesen und noch gleich mehr Fragen gehen für uns jetzt Sophie-Christin Hausberger, Eva-Maria Kaiser und Martin Pusch nach. Warten auf die ersten Ergebnisse. Nein, das liegt mir nicht. Sie wissen, ich bin ein eher sehr zurückhaltender Mensch. Ich glaube, das ist auch in den verschiedensten Personenbeschreibungen über mich herausgekommen, also von der her wir die Situation nicht ausnützen. Aber ich werde natürlich genau überlegen, was für die Stadt und die Menschen in unserer Stadt am besten ist. Das Team HC Strache kommt laut dieser Tretprognose auf 4 Prozent. Das heißt, es ist nicht sicher, ob das Team HC Strache den Einzug in den Gemeinderat schafft. So, wie schaut's aus? Sonntag, kurz vor 18 Uhr. Beim Team HC Strache hofft man noch auf ein Wunder. Doch HC will not be back. Das ist dem Politprofi im Team bereits klar. Es ist vorbei. Hat man da die Strahlkraft eines Heinz-Christian Strache überschätzt? Nein, es sind natürlich sehr viele Umstände eingetreten in diesem Wahlkampf, die nicht vorhersehbar waren. Das Corona ist einmal das Erste, überlagert alles. Du hast keine Stimmung zusammengebracht im Wahlkampf. Es ist keine Themersetzung passiert. Es ist keine Möglichkeit gewesen, dass wir den Strache aus den Negativ-Schlagzeugungen ausbringen, weil wir kein Geld hatten. Das Ganze ist in einen positiven Spin zu drehen. Die Torte wird heute nicht mehr angeschnitten. Na, dann ist das wahrscheinlich zu früh präpariert worden oder für Dinge, die vielleicht vorgesehen waren. Aber das Ganze ist dann noch ein nettes Fest hier. Aber man wird sich danach überlegen müssen, dass es weitergeht. Die politische Karriere des gefallenen früheren Vizekanzlers muss nicht zwingend zu Ende sein. Ob ihn die mögliche Funktion als Bezirksrat reizt, ist allerdings mehr als fraglich. Im freien Fall ist die Wiener FPÖ. Minus 23 Prozentpunkte, das ist historisch. Scharenweise fliehen frühere FPÖ-Wähler ins Nichtwählerlager. Der Bruderkrieg im rechten Lager fordert seine Opfer. Auch finanzielle. Die einst reichste Landespartei verliert nicht nur 26 Mandate, sondern auch Millionen an Parteienförderung. Ein derartiges Debakel hat Andreas Mölzer nicht erwartet. Köpfe rollen werde es aber keines geben. Weder bei der Wiener Partei noch auf Bundesebene, zumindest vorerst. Erstens gibt es keine Personaldebatte, wo immer nicht so blöd sein wird, dass man das jetzt macht. Auf Bundesebene meine ich. Zweitens drängt sich keiner auf, keine Alternative. Es hat diese Zweierführung, die wir jetzt haben, oder Dreierführung, wenn wir Heimbruchner dazugehen, ihre Schwächen. Das ist überhaupt keine Frage. Weil Gewinnern tut auch Spitzenfiguren. In diesen medial zugespitzten Wahlkämpfen ist das so. Es hat aber auch Vorzüge. Dass also die Schattenseiten der charismatischen Parteiführung, wo einer abhebt, wo einer glaubt, das ist alles seins, das ist alles sein Erfolg, sein Geld, seine Mittel, nicht gegeben ist. Drei mögliche Koalitionspartner für die SPÖ bleiben also noch. Der SPÖ-nahe Kommunikationsberater bringt es auf den Punkt. Wer auch immer, er wird es billiger geben müssen. Es kann keiner von denen die Bäume in den Himmel wachsen lassen mit Forderungen, weil es drei Alternativen gibt. Also da hat er eine wirklich tolle Ausgangsposition. Ich traue mir heute in keiner Weise zu sagen, ob das in irgendeine dieser Richtungen gehen wird. Für so manche war er die Überraschung des Wahlkampfes. Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat der Neos. Jubel in der Parteizentrale. Nach einem Plus von rund 1,7 Prozentpunkten und der Fast-Verdoppelung der Mandate möchten Neos mitregieren. Prost! Die wahre Bierpartei sind nämlich auch die. Die Verhandlungen, die liegen jetzt bei Michael Ludwig. Wir haben unsere Themen auf den Tisch gelegt. Man weiß, wofür man steht und wofür wir kämpfen werden. Und sicherlich das ein oder andere Thema wird schwierig. Da muss man schon noch Mut haben, seitens der SPÖ mit uns zu regieren. Wie zum Beispiel das Thema Transparenz und Kontrolle. Das ist uns wichtig. Prominenter später Besuch im Club der Wiener Grünen. Gleich zwei grüne Ministerinnen gratulieren. Ein Plus von mehr als zwei Prozentpunkten ist für Spitzenkandidatin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein jedenfalls der Auftrag zum Weiterregieren. Ja, ich sehe es als ganz klaren Auftrag, mit Rot-Grün weiterzumachen. Dritter im Bunde möglicher Regierungspartner ist die ÖVP. Nach einer Verdoppelung der Stimmen jetzt zweitstärkste Kraft in Wien. Inwieweit der Türkise Mitte Rechtskurs mit den Zielen der SPÖ kompatibel sein kann, wird wohl Gegenstand zäher Gespräche. Das heißt auch, dass die Wienerinnen und Wiener mehr türkise Politik in Zukunft in Wien wollen. Der frühere Wiener ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Görg glaubt an die Fortsetzung von Rot-Grün und kennt das harte Wiener Pflaster. Damals für einen Schwarzen genauso wie heute für einen Türkisen. Ich sage hier ganz ehrlich, ich würde das nicht tun. Ich finde den Finanzminister für einen jungen Mann viel spannender als den Vizebürgermeisterposten. Vizebürgermeister ist schön, wenn man so wie ich, ich war 55, ich war gegen Ende meiner Karriere, da ist Vizebürgermeister ein ganz toller Job. Aber für jemand, der nicht einmal noch 40 ist, kann das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und Vizebürgermeister ist normalerweise das Ende einer Fahnenstange. Vielleicht spielen auch Bezirksergebnisse bei der Wahl des künftigen Koalitionspartners mit. Während die SPÖ in den Innenbezirken verloren hat, gab es in den Flächenbezirken große Zugewinne. So wie etwa in der Donaustadt. Bezirksvorsteher Ernst Nevriwi zählt zum eher rechten Flügel der Partei. Mit den Grünen im Bezirk hat er nicht so gute Erfahrungen gemacht. In manchen Fragen gibt es zwischen Außenbezirken und innerstädtischen Bezirken andere Herausforderungen und andere Sichtweisen. Dieser Pop-up-Radweg bei mir im Bezirk, der ist ein Pfusch, der bringt nichts. Der war, um Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrerinnen zu lösen, wurde ja gemacht. Und die gibt es jetzt nicht mehr, es ist keine Badesaison. Aber das ist eine Detailfrage, die die Menschen aus meiner Sicht gar nicht so sehr bewegt. Wir haben große Probleme, wir haben große Herausforderungen. Die Leute haben eine Angst, haben sie eine Arbeit, haben sie einen Job. Kann man die mit den Grünen lösen? Ich denke, mit allen Parteien kann man sie lösen. Neos, eine Option? Selbstverständlich, jede ist eine Option. Und auch hier werden wir sehen, wie die Gespräche geführt werden. Und da bin ich zuversichtlich, dass der Bürgermeister die richtigen Entscheidungen und Vorschläge trifft. Bei der SPÖ wird in der Wahlnacht doch noch gefeiert. Nicht in Wien, sondern in niederösterreichischen Treiskirchen. Bürgermeister Andreas Babler hat im Wahlkampf die Genossen in Ottergring unterstützt. Als Vertreter des linken Flügels in der Partei wünscht er sich eine Fortsetzung von Rot-Grün in Wien, aber auch ein Umdenken in der Bundespartei. Bundesparteimäßig, wenn Sie mich fragen, was sich ändern muss, dann glaube ich, muss die Bundespartei als Spitze zulassen, sozusagen breiter zu werden, nämlich auch Erfolgsmodelle mit einzubinden und strategisch mit zu berücksichtigen, was die Ausrichtung der SPÖ hat. Wir haben so viele gute Leute, die wir wollen gewinnen. Ich glaube, man muss sie einbinden und zulassen, dass sie mitgestalten und nicht das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, dass sich manchmal eine kleine Gicke einpunkert. Aber das ist unsere Aufgabe, das zu lösen. Über die Folgen wird in den Parteien aber schon diskutiert, wenn auch informell. Welche Schlüsse die FPÖ aus der Niederlage zieht, das wollten wir heute mit FPÖ-Obmann Norbert Hofer sowie seinen Stellvertretern Herbert Kickl und Manfred Heimbuchner besprechen. Alle haben uns abgesagt, wie auch ÖVP, Wien-Chef und Finanzminister Gernot Blümel und der zuletzt mit Kritik am Bund nicht zurückhaltende SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Noch will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Daher wollen wir die bereits vorliegenden Daten mit unseren Wahlexperten hier analysieren. Guten Abend, Professor Peter Filzmeier. Einen schönen guten Abend. Und ebenfalls guten Abend unserem ORF-Hochrechner, Christoph Hofinger von SORA. Schönen Abend. Herr Hofinger, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Wir haben es gerade gehört, die Briefwahlstimmen, die werden noch ausgezählt. Das könnte bis Mittwoch dauern, aber könnte sich am Ergebnis noch etwas ändern? Ja, selbstverständlich kann sich am Ergebnis noch etwas ändern. Wir wussten, dass wir eine große Schwankungsbreite diesmal bei der Briefwahl haben, weil es so viele Stimmen sind. Es liegen informell ganz wenige Bezirke mir vor. Und da zeigt sich, wenn sich dieser Trend durchzieht, dass die ÖVP vermutlich etwas stärker ist als in der Hochrechnung von Sonntag. Aber hier müssen wir wirklich warten, bis alle 23 Bezirke da sind. Vor allem auch warten zu Lasten von welcher anderen Partei. Gestern hat noch Heinz-Christian Strache gehofft, ob er hineinkommt. Kann er dieses Wunder eigentlich abschreiben, auch nach Ihrer jetzigen Prognose? Also dieses Wunder wird nicht eintreten. Also von den Daten, die mir vorliegen, da ist weit und breit von keinem Wunder etwas zu sehen. Dann kommen wir zur Koalitionsfrage, Herr Professor Filzmeier. Der Wahlsieger, der alte und auch neue SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig hat, wenn man ihm ganz genau und richtig zugehört hat, mit den Neos kokettiert. Auch heute Morgen im Morgensjournal. Ob das schlichtweg jetzt Verhandlungstaktik ist oder ehrliches Interesse, werden wir erst sehen. Aber was wollen eigentlich die Wählerinnen und Wähler? Ist das ablesbar aus den Daten? Ja, das ist es. Politiker sagen ja gerne, man kennt den Wählerwillen bei Koalitionen nicht. Da ja keine Wienerin oder kein Wiener eine Wunschkoalition auf dem Stimmzettel angekreuzt hat. Aber in der Wahlforschung können wir uns ganz gut annähern. Und wir haben auch die SPÖ-Wählerinnen und Wähler befragt, welche Koalition wollen sie? Und da haben über 50 Prozent gesagt Rot-Grün, 12 Prozent Rot-Türkis und 10 Prozent Rot-Neos. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, unser Befragungszeitpunkt bei einer Wahltagsbefragung war, bevor man das Endergebnis kannte. Da gab es also auch noch welche, die auf die absolute Mehrheit hofften. Aber der Unterschied zwischen Rot-Grün als Wunschvariante und allen anderen weniger gewollten Varianten ist doch so groß, dass die SPÖ das kaum einfach vom Tisch wischen kann. Allerdings, Michael Ludwig, hätte man sich vor eineinhalb Jahren als Bürgermeister wurde, kaum vorgestellt, ist in einer Situation, was er will, wird gemacht. Er muss wenig parteiinterne Kompromisse schließen mit Teilorganisationen und auch nicht auf Einflüsterer hören. Die erste kritische Stimme haben wir schon gehört im Beitrag, den Donaustädter Bezirksvorsteher. Da gibt es die Alternativen, natürlich die Neos, aber auch die ÖVP. Jetzt haben wir von Herrn Hofinger gehört, die könnte nach Austeil der Briefwahlstimmen leicht noch zulegen, also noch mehr gewinnen. In dieser Doppelrolle, in der sich derzeit Finanzminister und ÖVP wie ein ÖVP-Chef Blümel befindet. Der hält zum Beispiel in zwei Tagen seine Budgetrede in so einer schweren Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie lange kann er diese Rolle eigentlich noch einnehmen? Nicht lange. Wir haben keine gesetzliche Frist für Koalitionsverhandlungen. Aber in Pandemiezeiten halte ich das für politisch heikel, wenn diese Monate lang oder theoretisch könnten sie auch ein Jahr dauern. Vor allem ist aber Gernot Blümel ja in einer Dreifachrolle, nämlich auch Wien-Parteichef. Und wie soll ich mir das alles vorstellen? Einerseits verhandelt er jetzt als Ex-Spitzenkandidat mit Michael Ludwig über die Koalition. Am nächsten Tag verhandelt er als Finanzminister mit Michael Ludwig beispielsweise über Geld, das im Rahmen von Corona-Hilfen nach Wien fließen soll. Also da wird er entweder schizophren oder keiner kennt sich mehr aus. Und als Parteichef muss er noch einen Kompromiss ausschließen, nämlich dass ein anderer ÖVP-Politiker oder Politikerin Vizebürgermeister wird. Denn das wäre ein zweites Machtzentrum in der Wiener ÖVP. Und das wir dann nicht wollen, denn irgendwann ist diese Person dann mächtiger als er selbst. Als Parteichef hat Gernot Blümel hörbar mit Botschaften geworben um FPÖ-Wähler. Jetzt ist die Rechnung nicht so aufgegangen wie bei der Nationalratswahl vor einem Jahr. Denn 100.000, sogar mehr als 100.000 FPÖ-Wähler, Herr Hofinger, sind ja zu Hause geblieben. Die haben gar nicht gewählt. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei Gründe als Erklärung. Das eine ist, es gab kein Duell um den ersten Platz. Die FPÖ hat sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler mobilisiert vor fünf Jahren mit dieser Aussicht. Da könnte es wirklich spannend werden. Und die, die sich nur von diesem Duell mobilisieren lassen haben, die sind diesmal zu Hause geblieben. Und für die war die Wahl sozusagen taktisch nicht sehr spannend. Das andere ist, Wählerströme passieren sehr häufig zwischen Parteien, die gemeinsam in der Regierung sind. Gab es ja auch damals unter Schwarz-Blau-1-Kabinett-Schüssel sehr, sehr viele Wählerströme zwischen damals noch Schwarz und Blau. Und jetzt ist es aber ganz anders. Türki sitzt in der Regierung. In der Opposition ist die FPÖ nicht gerade zimperlich mit den ÖVP-Politikern. Das heißt, hier gibt es natürlich bei vielen FPÖ-Wählenden auch eine Entfremdung gegenüber der Partei ÖVP. Und das macht einen Wechsel schwerer. Und deswegen werden sich viele auch entschieden haben, wähle ich diesmal nicht. Welche Rückschlüsse, Herr Professor Wilzmeyer, kann man denn da auf die Bundes-FPÖ ziehen? Das war jetzt der Tiefpunkt einer Serie von Niederlagen seit dem Ibiza-Skandal. Aber Rückschlüsse auf den inhaltlichen Kurs. Wir haben zuletzt ja sehr einen radikalen Kurs gehört, geprägt von Herbert Kickl vor allem, was die Corona-Politik der Regierung anbelangt. Also rein strategisch, es ist nicht ethisch, moralisch oder inhaltlich bewertend, braucht die FPÖ sogar noch mehr Radikalisierung. Denn sie hat eine Hoffnungszielgruppe. Das ist ein Sammelsurium von sogenannten Corona-Verlierern. Da gehören die Leugner und Skeptiker dazu, aber auch jene, die sich einfach wirtschaftlich und sozial überdurchschnittlich durch die Pandemie und ihre Folgen benachteiligt fühlen. Mehr Radikalisierung braucht sie, weil derzeit haben wir ein Stimmungsbild. Auch das wurde gefragt in der ORF-Wahltagsbefragung. Die meisten finden die Corona-Politik der Bundesregierung entweder eher gut oder eher schlecht. Die FPÖ hätte ein Alleinstärkungsmerkmal bei jenen, die alles ganz furchtbar finden. Das sind derzeit nur knapp über 10 Prozent, also nicht besser als die Umfragewerte der FPÖ. Wenn sich diese Zahl aber vergrößert, und das zeigt der Pandemieverlauf, dann steigt auch das Stimmenpotenzial der FPÖ. Die Bekämpfung der Pandemie, Herr Hofänger, wird natürlich die Bundesregierung weiterhin fordern. Lässt sich aus diesem Ergebnis, es war ja eben keine bundesweite Wahl, lassen sich da dennoch Rückschlüsse oder Bundestrends ziehen, was jetzt die türkis-grüne Regierungspolitik im Bund betrifft? Ja, nur mit großer Vorsicht. Wir hatten wirklich ein Ausnahmejahr durch Corona. Diese Wahl im Kontext Corona ist jetzt auch nicht eine durchschnittliche Wahl. Was in der Vergangenheit oft passiert ist, wenn eine Regierungspartei stark verliert, was früher typischerweise auch der FPÖ passiert ist bei Landtagswahlen, dann kommt es einerseits zu strategischen Neuausrichtungen manchmal, nicht nur in der Opposition, sondern auch in der Regierung. Und es kann zu Streit in einer Bundesregierung führen. Dafür gibt es momentan keinen Anlass, weil die ÖVP und die Grünen sind ja zufrieden mit ihrem Wiener Wahlergebnis. Letztendlich ist die Bewältigung von Corona eine Herkulesaufgabe, auch in den nächsten sechs Monaten, zwölf Monaten für diese Bundesregierung. Und da spielt jetzt diese Wiener Wahl kaum eine Rolle. Das sind die Sachzwänge, die diese Regierung beschäftigen werden. Aber welche Auswirkungen hatte das Virus auf die Wahlbeteiligung, Herr Professor Vilsmeier? Die ist massiv gesunken, auch wenn die Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt sind. Die dürfte nicht über 65 Prozent kommen. Das sind dann minus 10 Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Mal. Ist das überraschend oder musste man damit rechnen aufgrund der Angst vor dem Virus? Mir ist die Erklärung, alles Corona oder was, zu einfach. Es ist zwar richtig, dass auch bei den Vorarlberger Gemeinderatswahlen Anfang September, bei der steirischen Gemeinderatswahl, allerdings ohne Graz, Ende Juni, die Wahlbeteiligung jeweils rückläufig war. Aber es gab gerade in Wien ein besonders großes Briefwahlangebot, das beworben wurde. Und fast 400.000 Wahlkarten wurden ja auch ausgegeben. Wir haben eine Situation wie in den frühen 2000er Jahren. Da ist auch in Wien 2005 die Wahlbeteiligung auf 60 Prozent zurückgegangen, auch in beispielsweise Tirol und Vorarlberg stark gesunken, dass die Unzufriedenheit, und das war damals schon der Hauptgrund, mit allen handelnden Parteien steigt. Also nicht etwa, man war persönlich verhindert, zur Wahl zu gehen, sondern fand das Angebot schlecht. Das kann auch als Folge haben, wie wir es erlebt haben, dass jede Partei, die neu ist und irgendwie anders, zumindest eine Einmalschance hat. Das haben wir bei Frank Stronach erlebt. Denn wie immer man ihn politisch beurteilt, dass er irgendwie anders ist, kann man ja nicht bestreiten. Und das hat genügt. Herr Hofinger, jetzt war der Anteil der Briefwahlkarten, die haben Sie angesprochen, rekordverdächtig. Die Auszählung dauert an und sie könnte, wie wir hören, vielleicht sogar noch bis Mittwoch dauern. Warum gibt es da, jetzt kennen wir das Problem ja schon aus vergangenen Wahlen, wir erinnern uns an die Bundespräsidentschaftswahl, warum geht das einfach nicht schneller? International, andere Länder schaffen das doch auch. Also mit dem bestehenden System ist es verständlich, dass es Zeit braucht. Es ist alle, die dort zählen, und das ist ja wirklich eine verantwortungsvolle Tätigkeit, auch im Sinne unserer Demokratie. Die müssen dort Masken tragen, die müssen dort Abstandsregeln einhalten. Es werden auch Leute dort abgesackt haben, weil sie sich nicht wohlfühlen oder weil sie einen Halskratzen haben. Also das heißt, das ist schon eine Mammutaufgabe. Und ich denke, wir sollten hier denen, die hier zählen, nicht unter den gebenen Situationen noch mehr Druck machen, sondern geduldig auf das Ergebnis warten. Allerdings, Sie haben recht, es müsste nicht so aufgesetzt sein. Es gibt Bundesländer, die zählen am Wahltag bereits alle Wahlkarten aus. Und das steht auch im Koalitionsübereinkommen der Bundesregierung, dass das in Zukunft so sein soll. Und ich kann mir vorstellen, dass das unsere letzte derartige Wahlkartenprognose war, wo wir dann in der Woche drauf aufs Ergebnis warten. Das hoffen wir alle. Herr Hofinger, danke für Ihre Expertise. Ebenfalls danke, Prof. Filsmeier. Ja, soweit die Analyse zwei erfahrener Wahlforscher. Aber wie fällt eigentlich der Blick von außen auf diese Wahl aus? Wie wird das Ergebnis in den Bundesländern interpretiert? Und wie im benachbarten Ausland, der Schweiz und Deutschland, wo die österreichische Innenpolitik ja regelmäßig für Schlagzeilen sorgt? Julia Ortner hat nachgefragt, was bleibt von dieser außergewöhnlichen Wahl hängen? Die rote Rathausmaschine läuft. Mit oder mit etwas weniger Baby-Elefanten-Abständen. Und die heimische Politik- und Medienwelt erklärt sich seit vielen Wochen gegenseitig alles rund um die Wien-Wahl. Man kennt ja dieses Phänomen. Der Report bietet also am Wahlabend auch professionelle Beobachterinnen und Beobachter außerhalb der Wiener Szene um ihren Blick auf die Wiener Verhältnisse. Welches Wort bleibt von diesem Wiener Wahlkampf, von dieser Wiener Wahl? Also für mich war es das Wort Wien-Bashing, das eigentlich von der Stadtregierung, von Herrn Ludwig und auch von seinen Koalitionspartnern immer dann gebraucht wurde, wenn Wien kritisiert wurde. Und ich finde das ein bisschen schade im Vergleich zu letztem Jahr, wo ja die Worte wie Anpatzen oder Schmutzkübelkampagne eigentlich sehr schöne österreichische Worte, die ich da auch neu gelernt habe, vorkamen. Und welches Bild bleibt für Sie? Für mich bleibt das Bild, als Herr Ludwig zusammen mit dem amerikanischen Außenminister Mike Pompeo ein österreichisch-amerikanisches Freundschaftsdram eingeweiht hat, weil das zeigt einfach sehr stark, wie wichtig Wien ist, auch international. Welches Wort bleibt von der Wien-Wahl? Pop-up. Vom Pop-up-Radweg über dem Pop-up-Pool bis zur Pop-up-Partei, das Team HC Strache. Und welches Bild bleibt von dieser Wahl? Das Kipferl, das nicht mit der U-Bahn in die Innenstadt fährt, wie es Gernot Blümel immer wieder zitiert hat. Für mich bleibt wie wahrscheinlich für viele Wien-Bashing auf jeden Fall von dieser Wahl. Und, würde ich sagen, Corona-bedingt. Corona-bedingt war die Themenauswahl. Corona-bedingt waren die Wahllokale. Corona-bedingt ist der Ablauf. Corona-bedingt waren die späten Hochrechnungen. Und welches Bild bleibt für Sie von diesem Wahlkampf? Wie Dominik Nepp, der Spitzenkandidat der FPÖ im Land, gefragt wird, was gibt es Positives an Herrn Strache? Er hat kurz überlegt und dann sagte er, Herr Strache ist sein Tierfreund und er hat auch einen Hund. Auch abseits von Corona ist es für den Schweizer Korrespondenten Ivo Mainzen eine spezielle Wahl. Seine erste Wien-Wahl, die er hier erlebt hat. Die deutsche Journalistin Andrea Beer ist seit 2016 im hiesigen ARD-Büro im Einsatz. Und damit ist es auch das erste Mal, dass sie die Wahl des Wiener Stadtparlaments vor Ort analysiert. Ich glaube, die Analyse ist gar nicht so einfach, die uns dann noch ins Haus steht. Denn man kann aus meiner Sicht jetzt nicht sagen, super, die Rechten sind bezwungen. Denn die Wähler und die Themen und die Probleme, die sind ja nach wie vor da. Und ich würde auch nicht unterschätzen, dass die FPÖ auch wieder zurückkommt. Also das Überraschendste für mich war, dass die FPÖ wirklich so schlecht abgeschnitten hat, wie sie jetzt abgeschnitten hat. Da hätte man nicht unbedingt, man hat mit einem Minus natürlich gerechnet, aber es war schon interessant, dass die Leute offensichtlich wirklich zu Hause geblieben sind. Und dass diese Desillusionierung aus den Skandalen vom letzten Jahr offensichtlich sehr stark anhält. Die österreichische Politik endet nicht an der Wiener Landesgrenze, auch wenn das manche in Wien vielleicht glauben mögen. Peter Pleikner schreibt als Politikanalyst und Medienberater für einige große Bundesländerzeitungen und arbeitet zwischen Klagenfurt, Innsbruck und Wien. Die Entscheidung in der Bundeshauptstadt sei den Ländern bei aller Distanz natürlich nicht egal. Sie tangiert insofern, weil sie es ja gewohnt sind, ihre Bundesnachrichten immer aus Wien zu bekommen. Und die Gleichsetzung von Wien mit dem Bund ist ja nicht etwas, was nur aus der Hauptstadt heraus passiert, sondern auch mit großer Eifersüchtelei und Rivalität aus den anderen Bundesländern in Richtung Wien. Die Corona-Ausnahmesituation ist am Wahlsonntag auch im Rathaus unübersehbar. Kein Jubel in der Fankurve, vieles ist verboten. Man ringt um Distanz. Ein Wahlabend mit gebändigten Emotionen, ähnlich dem Wahlkampf. Was ich absolut vermisst habe, war einfach ein richtiger Wahlkampf. Der hat mir wirklich gefehlt. Es ist gar nicht so richtig Stimmung aufgekommen, muss ich sagen. Und dann fand ich auch, hatte das die Folge, dass es auch gar keine richtigen, guten Debatten und Auseinandersetzungen gab. Also die waren immer so ein bisschen steril, ein bisschen langweilig. Alles Sieger. Oder zumindest fast alle. SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig kann sich seinen Koalitionspartner unter Grünen-Chefin Birgit Hebein, ÖVP-Obmann Gernot Blümel und NEOS-Chef Christoph Wiederkehr bequem auswählen. Die FPÖ unter Dominik Nepp und ihr verlorerner Sohn oder eher Vater, Heinz-Christian Strache, stehen vor den Trümmern des freiheitlichen Lagers. Welche Bedeutung hat das Wiener Ergebnis denn für die Bundespolitik? Die direkten Auswirkungen dürften sehr gering sein. Es ist nur klar geworden, dass die SPÖ als Gegner für eine schier übermächtig erscheinende ÖVP im Bund noch nicht ausgedient hat, sondern durchaus wieder auferstehen kann. Es kommt jetzt auf die Strategie an, ob sie die wirklich nur auf die Stadt beschränkt oder wieder versucht, Österreich bis zum Bodensee zu sehen, von Wien aus. Es wäre natürlich schön aus Sicht von der ÖVP, wenn sich die SPÖ für eine Koalition mit der ÖVP entscheiden würde. Was, glaube ich, die Wähler nicht wollen würden? Das ist offen. Allerdings glaube ich nicht, dass es große bundespolitische Auswirkungen haben wird. Denn solange Sebastian Kurz Wahlen gewinnt und er ist im Moment noch immer der beliebteste Politiker in Österreich und er hat jetzt gut abgeschnitten in Wien beziehungsweise sein Schatten, Gernot Blümel, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es große Folgen haben wird. Die Folgen von Corona werden nächstes Jahr spürbar werden. Aber von dem her habe ich das Gefühl, das wird etwas sein, das dann viel politische Unsicherheit schafft. Aber das ist eher mittelfristig und glaube ich jetzt nicht direkt mit dieser Wien-Wahl verbunden. Nun könnte sich der Politikbetrieb nach monatelangem Ringen um Wien endlich wieder voll auf die Corona-Bekämpfung konzentrieren. Vielleicht kann man so gemeinsam aus der Corona-Krise hinausfinden. Und wie gelingt da die Eindämmung des Virus in der Praxis derzeit? Das wollen wir uns jetzt genau ansehen. Und zwar bei einem nächtlichen Streifzug durch Wiener Nachtlokale. Dort kontrolliert die Stadt, ob die Corona-Maßnahmen wie auch die Sperrstunde eingehalten werden. Der Großteil halte sich daran, so die Stadt. Viele Lokale haben aber erst gar nicht geöffnet. Immer Skülüm über Clubabende unter Auflagen mit wirtschaftlich fatalen Folgen. So sehen Samstagabende in Wiener Clubs derzeit aus. Das Werk in Wien. Wo früher ausgelassen bis in den Morgen getanzt wurde, sitzt man nun und lauscht den DJ. Die Regeln sind ähnliche wie im Restaurant. Eine Maske muss man überall tragen, außer am Tisch. An der Bar zu trinken, ist verboten. Ja, Party kann man dazu gar nicht sagen, oder? Es ist eher ein verlängertes Wohnzimmer, wo wir versuchen, auch weiterhin geöffnet zu haben, als Treffpunkte halten zu bleiben für unsere Gäste. Musikern die Möglichkeit noch geben, aufzutreten wo. Aber rechnen tut sich das jetzt nicht mehr. Früher feierten an einem Samstag bis zu 400 Menschen im Werk. Heute ist der Chef froh, wenn 60 Gäste kommen. Von den 40 Mitarbeitern, die vor der Corona-Krise hier gearbeitet haben, sind noch 10 beschäftigt. Der Rest wurde gekündigt. Und wie gefällt dem Partyvolk diese neue Art des Feierns? Nun ja, es ist alles etwas mit angezogener Handbremse. Sehr sogar. Nein, das Tanzen fällt extrem, extrem. Es macht durchaus Spaß. Es ist allerdings sehr trostlos, weil es durchaus sichtbar leer ist. Es ist immer leerer, mehr oder weniger. In den Lokalen ist weniger los, auf den Straßen ist weniger los. Das Werk hat eigens ein Präventivkonzept erarbeitet und will so die Behörden überzeugen, in Zukunft wieder Normalbetrieb zu erlauben. Doch die Debatte geht gerade in eine ganz andere Richtung. Im Westen Österreichs wurde die Sperrstunde schon auf 22 Uhr vorverlegt. Was würde das für das Werk in Wien bedeuten? Wäre völlig sinnlos. Also um 10 schließen, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also wir würden da auch das Werk vorübergehend mal schließen, bis da wieder Lockerungen dann stattfinden. Also bis 22 Uhr. Das kann nicht mehr rentabel sein. Es ist ja das schon nicht mehr rentabel. Andere, wie das SAS, dürfen als gewerblich angemeldete Diskothek überhaupt erst ab 22 Uhr öffnen. Doch seit März ist dieser Club geschlossen. Alle Mitarbeiter sind gekündigt. Über Wasser hält der Chef den Betrieb mit Krediten, erspartem und staatlichen Hilfen. Einige Getränke muss er aussortieren. Das Ablaufdatum naht. Was passiert mit denen, wenn sie abgelaufen sind? Die schicken wir zurück über unseren Betriebsweg und bekommen dann die Hälfte davon staatlich refugiert. Sperrstunde um ein Uhr und Gästebeschränkungen. Kostendeckend arbeiten sei da nicht möglich. Wir sind in einer Branche, die eigentlich sehr arbeitsintensiv an Zahl der Mitarbeiter ist. Das heißt, ich habe sehr schnell sehr hohe Fixkosten, wenn ich aufsperre. Und diese über drei bis vier Stunden abzutragen, ist undenkbar. Das kann sich tatsächlich nicht darstellen lassen. Das wäre Betriebswirtschaftlichkeit Suizid. Die Vienna Club Commission schätzt, dass insgesamt drei Viertel der Nachtlokale derzeit geschlossen haben. Stattdessen gab es zuletzt immer wieder illegale Partys. Das mache es jene Betrieben, die sich an die Auflagen halten, nicht einfacher. Man hat aber auch Verständnis. Ich glaube, es ist einfach, in einem Lockdown zu leben, wenn man 240 Quadratmeter Wohnung hat. Aber wenn man als 18-Jähriger noch bei seinen Eltern wohnt, auf 60 Quadratmeter oder 80 Quadratmeter, ist das eine ganz andere Situation. Und auf der anderen Seite auch die Betreiber, die halt momentan einfach anfangen, halt wirklich ihre letzten Reserven aufzubrauchen, damit sie halt irgendwie noch über die Runden kommen, um ein Unternehmen zu retten und halt sich teilweise auch nicht anders zu helfen wissen. Anders zu helfen, weiß ich das Loft. Auch hier wird normalerweise getanzt. Nun setzt man Samstagabends auf Gastronomie und serviert Knödel. Nach dem Essen gibt es ein DJ-Konzert, ebenfalls im Sitzen. Registrieren müssen sich die Gäste mit dem Handy. Haben die Besucher Verständnis für die Corona-Maßnahmen? Nein, das Verständnis ist auf alle Fälle da. Also jetzt in meinem Freundeskreis ist es normal, dass man nicht fortgeht zum Upshaken oder so. Ja, mein Verständnis ist ein bisschen begrenzt. Aber was soll man machen? Warum begrenzt? Ja, ich bin der Meinung, dass es übertrieben ist. Ich finde es auf jeden Fall übertrieben. Ich habe eigentlich wenig Verständnis dafür. Aber ich will natürlich auch keine Probleme machen, den Gastronomen. Und ich möchte auch keine Strafe kriegen. Deswegen, ja, mache ich es halt. Die Gagen für die Künstlerinnen und Künstler bekommt das Lokal vom SPÖ-nahen Verein Wiener Kulturservice. Das hilft, aber auch hier wurden 20 der ehemals 26 Mitarbeiter abgebaut. Der Chef blickt dennoch optimistisch in die Zukunft, auch wenn Tanzen nur auf dem Weg zur Bar oder zum Klo erlaubt bleiben dürfte. Es wird sich entwickeln. Die Leute werden sich daran gewöhnen und werden halt mit dem leben müssen. Und wenn man was anhört, was einem gefällt, dann heißt das nicht, dass ich da sitzen muss und quasi Däumchen drehen. Und ich finde es langweilig, weil deswegen gehe ich nicht hin. Wenn jetzt musikalisch was passiert, das mir Spaß macht, dann kann das im Sitzen wie im Stehen genauso Spaß machen. Auch im Loft weiß man, dass Events im Sitzen nur eine Übergangslösung sein können. Auf Dauer lässt sich so kein Club finanzieren. Viele in der Branche befürchten über den Winter sogar ein Clubsterben. Was hieße das für die Stadt? Wenn es keine Orte gibt, wo Leute in einem gesicherten Rahmen loslassen können, werden wir ein Problem haben. Weil das ist einfach in Menschen drin und das tragen die Menschen dann ansonsten eben nach Hause. Oder sie tragen es in den Park. Ich glaube, da haben wir ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass wir da einfach bisher immer noch eher als die Störenfriede angesehen wurden, als Teil der Lösung dessen. Eine Stadt ohne Clubs und ohne Subkultur und ohne Live-Möglichkeit ist irgendwie eine tote Stadt. Die Stadt hat sich ja extrem verjüngt in den letzten Jahren. In den letzten acht Jahren haben wir es ja auch wieder geschafft, durch wirklich sehr gute Kulturarbeit die österreichische Musiker wieder international zu positionieren. Das war viel Arbeit und es geht einfach viel verloren durch das. Nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen sieht es derzeit aber nicht aus. Eher nach Verschärfungen. Der Clubszene stehen somit weitere harte Monate bevor. Aber gehen wir ein paar Monate zurück, da erinnern wir uns alle noch an Partyszenen aus Ischgl. Wohl dem Corona-Hotspot im Frühjahr mit fatalen Folgen. Folgen, die auf Fehler der Behörden, aber auch der Politik bis hin zum Bundeskanzler zurückgehen. Zu diesem Urteil kommt heute die Expertenkommission in Innsbruck, die das Tiroler Corona-Krisenmanagement monatelang untersucht hatte. Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft in Tirol, deren Protokolle dem ORF und dem Nachrichtenmagazin Profil vorliegen. Ulla Kamerschmidt und Stefan Daubrober über Anweisungen, die vor Ort nicht ernst genommen wurden. Und warum auch die Bundesregierung dafür mitverantwortlich ist, dass das Virus nach Europa mit ausreiste. Wegen Ischgl steht Tirol wieder im Rampenlicht. Die Ischgl-Kommission präsentiert ihren lang erwarteten Bericht samt Vorwürfen. Das Gesundheitsministerium etwa hätte einen neuen Pandemieplan nicht veröffentlicht, obwohl die Ansteckung durch Corona bekannt war. Und Tirol hätte die Wintersaison nicht erst am 15., sondern schon am 9. März beenden müssen. Die Infektionszahlen waren am 9. schon zu hoch. Es hätte daher am Nachmittag dieses Tages zur Erlassung von Verordnungen kommen müssen, mit denen die Beförderung durch Seilbahnen und Skibusse und die Ansammlung von Menschenmassen untersagt, sowie die Schließung von Gaststätten, die nicht der Grundversorgung dienen, verfügt wird. Die Ischgl-Kommission hat wochenlang befragt, wer hat wann welche Entscheidungen getroffen. ORF und Profil hatten Einblick in die Unterlagen. Eine Kernfrage, warum ist es zu der überstürzten Quarantäne des Tals am Freitag, dem 13. März gekommen? Tausende Touristen sind bis weit in die Nacht im Stau gestanden. Viele mussten sich Quartiere in Innsbruck suchen. Das war anders geplant. Der Plan war, wir nehmen das Wochenende für die Abreise. Genau. Bauen Checkpoints auf und dann haben wir es halt plötzlich am Freitag. Dann haben wir es am Freitag ohne die entsprechende Verordnung, ohne die logistische Vorbereitung. Und das war eigentlich für uns überraschend, diese 14-Uhr-Verkündigung. Wobei, Gott sei Dank, wir haben ja schon alles vorbereitet gehabt. Es war nur das Personal noch nicht da. Jetzt ist die Frage, bei allem Respekt vor dem Herrn Bundeskanzler, hat er eine Zuständigkeit? Nein, denke ich nicht. Sie sind der Verordnungsgeber, da sind wir uns schon klar. Hat es eine Verordnung oder eine Anweisung vom Gesundheitsministerium, dort wollte ich nämlich hin, vom Gesundheitsministerium gegeben? Nein. Nichts? Also das Einzige, was es gegeben hat, war eine Presseerklärung um 14 Uhr am Freitag? Ja, und die hat dann ausgelöst, dass sehr viele Gäste mit den Skischuhen fast noch ins Auto und weg sind. So eine Presseaussendung bewirkt ja sehr viel, überhaupt, wenn sie vom Herrn Bundeskanzler kommt. Also das war von Ihnen nicht mehr einzufangen, sozusagen? Nein, dann haben wir sehr rasch reagieren müssen. Dann haben wir müssen schauen, dass man die Checkpoints früher hochführt mit notdürftigem Material, mit notdürftigen rechtlichen Grundlagen. Ich darf das ja hier auch ohne weiteres so sagen, dass die Rechtsgrundlage für eine Zurückweisung am Checkpoint einfach nicht da war. Ein adaptierter Pandemieplan hätte eine Handhabe geboten, die Leute an der Ausreise zu hindern, sagt der Vorsitzende der Ischgl-Kommission. Er kritisiert auch, dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend, ohne unmittelbare Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler, dass die Frage der Quarantäne nicht zuvor rechtzeitig unter Einbeziehung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Landeck abgeklärt wurde. Schon früh war klar, dass über Après-Ski das Virus leichtes Spiel in Ischgl hat. Konkret über den infizierten Barkeeper des mittlerweile weltbekannten Kitzloch. Alle Skibars sollten dann mit 10. März per Verordnung dicht machen. Doch Polizeifotos vom 11. März in den Ischgl-Akten belegen, dass sich viele nicht daran gehalten haben. Die Polizei macht damals lediglich Fotos, schreitet aber nicht ein. Kritik gibt es daran vom Blogger Sebastian Reinfeld. Er recherchiert seit Monaten in der Causa. Das ist die Hochsaison eigentlich für Ischgl. Also das ist die Saison, wo man da wirklich das Geld macht, muss man so auszudrücken. Und es ist ganz eindeutig so, dass versucht wurde, solange es geht, die Läden dort offen zu halten. Für die Ischgl-Kommission gibt es aber keinen Hinweis, dass die Tourismusindustrie unstadthaft Druck ausgeübt hat. Die Befragungen haben ergeben, dass es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass Verantwortliche des Landes oder der Bezirkshauptmannschaften Druck von Seiten der Wirtschaft ausgesetzt gewesen wären, bestimmte Anordnungen nicht oder später zu treffen. Für Verwirrung sorgte der Liftbetrieb in Ischgl. Hier Aufnahmen aus dem Jänner. Die Lifte sollten per Verordnung schon am Freitag, dem 13. nicht mehr fahren. Laut Liftbetreiber sind aber 7300 Skifahrer auf dem Berg gewesen. Am 13. sind wir gefahren, weil die Verordnung war noch nicht kundgemacht. Aber gewusst haben Sie es schon? Gewusst haben wir es, ja. Weil die Verordnung nicht unverzüglich angeschlagen, sprich korrekt veröffentlicht worden ist, hat die Expertenkommission die Justiz eingeschaltet und eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Der Verbraucherschutzverband vertritt tausende Geschädigte, die damals in Ischgl waren. Der Bericht untermauere die geplante Amtshaftungsklage gegen die Republik. Nun will man eine Entschädigung der Betroffenen, sprich einen Vergleich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Tirol erstrebenswert ist, die nächsten zehn Jahre, während da jetzt Klagen und Sammelklagen und was weiß ich was bei Gericht verhandelt werden, in der Weltpresse immer wieder aufzuwärmen, welche Fehler man im März 2020 gemacht hat. Ich glaube, ein Schlussstrich wäre für beide Seiten gut. Die Finanzprokuratur, der Anwalt des Bundes, ist einem Vergleich grundsätzlich nicht abgeneigt. Gespräche hat es noch keine gegeben. Ein mögliches Verfahren vor Gericht sieht man demonstrativ gelassen. Natürlich sind gerichtliche Auseinandersetzungen unser tägliches Brot. Und wichtig ist im Zusammenhang, dass wir nun in einem geordneten Verfahren sind und in diesem geordneten Verfahren ein Beweisverfahren abgewickelt wird, wo wir dann am Ende des Tages mehr wissen, als wir derzeit in den Klagen lesen. Im Rechtsstreit rund um mögliche Entschädigungen wegen der Corona-Ansteckungen im März war die lang erwartete Präsentation des Ischgl-Expertenberichts heute allerhöchstens ein Zwischenschritt. Und Ronald Rohrer, Leiter der Expertenkommission, ist gleich zu Gast bei Armin Wolf in der ZIP2. Wir dürfen uns für heute verabschieden. Danke fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Kommen Sie bis dahin gut durch die Woche. Guten Abend aus dem ZIP2-Studio. Ich spreche gleich mit dem Vorsitzenden der Ischgl-Untersuchungskommission, die heute ihren hochspannenden und kritischen Bericht vorgelegt hat. In Pflegeheimen gibt es immer mehr Corona-Cluster. Und warum bei der Wiener Wahl gestern die Nichtwähler die meisten Stimmen hatten? Jetzt gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017